Jo Leute! Und willkommen zurück. Und mit dem Flash immer noch. Mehr wollte ich nicht sagen grad. Keine Lust gehabt. Flash! Sag doch was! NIEHHAHAHA Du wirst echt so ein Schaden auch wirklich. Ich bin grad am Essen. Au 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 Au. Ich will ja keine Werbung dafür machen. Auf jeden Fall was Softiges. Softiges. Softige Scheiße. Hä? Ohne Witz. Wo sind die verkackten Pferde? Weiß er nicht. Weg mit dem Stein. Weg mit dem Stein, Bräunig. Boah, hier sind überall... Ja, toll. Gehst du wieder in diese komische Bildung, wo die komischen Pilze drin sind? Direkt wieder gleich Monster. Na, noch ein bisschen Fleisch. Und ich würde sagen, dann gehe ich mal los. Tschüss. Wieder auf Wanderschaft. Ich finde es eh nichts. Ich weiß. Na, diesmal laufe ich, laufe ich, laufe ich, laufe ich. Und laufe ich. Hoffentlich hast du genug Fleisch mit. 15 Fleisch. Ja, wie lange willst du denn damit aushalten? Und 20 Kartoffeln. Kommst du ja auf jeden Fall super mit außen, nicht? 20 Kartoffeln habe ich auch noch dabei. Ich sollte mal das Fleisch, was ich im Ofen gelassen habe, vielleicht noch mitnehmen. Sinnvolle Option. Bringt nichts, wenn das Ganze da hinten drin ist. So, im Ofen habe ich so, so bei. Ach, ich muss noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Kohle, Kohle, Kohle. Zack. Okay. Zack. Reicht, 20 Kohle reicht. Toll, jetzt werd ich Mühe. Oh mein Gott. Schau auf rumzugehen, du. Kleiner Neger. Hallo, hast du was gegen Schwarze? Ich hab mega gesagt, nicht das andere Wort dazu. Oasis. Boah, hat er die Endbombe gezündet. Ohhhh Mjamjamjamjam Achja Ich bin ja immer gespannt ob da wirklich Kommentare drauf kommen Nein Ne? Achja zu wenig ne? Mhm Ach Was man da heutzutage noch echt gegen haben hat ne? Ich hab ja nicht das S und N Wort gesagt Zusammen Ne? Ja ich sag nix Weißt du was ich mein ne? Piep Nigger Piep Nigger? Ja Genau das ist meine Der schöne Narzisse Und weiter sag ich nicht Aber da hab ich gar nichts zu sagen also Ich hab Mit den Leuten hab ich ja keine Probleme also Die regen sich sowieso alle künstlich auf Ja ist ja normal Mjamjamjamjamjamjam Mjamjamjamjamjamjam Ah bin wieder am Essen Ich lauf hier nur rum ich weiß doch gar nicht wo ich noch Wo ich die Pferde gelassen Oh Schlucht hallo Tschüss Schwein Ok Genauso wie das andere was zu den Türken oder so sagst Was eigentlich Mensch heißt Ja Naja Sind Leute die die Probleme haben Ja Wobei die ja Menschen sind aber naja Ne Ne die sind ja was besseres Achja stimmt ja Tiere Bööööööööööhh Manche denken, die sind was besseres. Ja, wie du. Genau wie ich. Genau so wie du. Die Leute können ja mal in die Kommentare schreiben, was die denn für Erfahrungen schon in sowas gemacht haben. Mit so einer Hinsicht, ne? Wir haben keine Zuschauer, wir haben keine Kommentare. Checkst das immer noch nicht? Ein paar schreiben auf jeden Fall, ja. Bist du eigentlich ein Realist? Bei mir weiß ich gar nicht so wirklich. Bei mir geht es. Oh, Pferde. Hallo. Ich habe ganz selten Kommentare. Wenn ich einen Kommentar habe, dann steht das. Mach doch, lass das Intro weg und mach das erst, wenn du ein neues Projekt beginnst. Ja. Das ist echt sinnvoll, so ein Kommentar, wirklich. Ne, ich habe jetzt nicht... Ist nicht böse gemeint an denen, aber sowas ist nicht sinnvoll, echt. Wenn du sowas schreibst. Ah, ich habe das Gehege der Hühner gefunden. Das ich dir unter dem Wiss gemacht hatte. Bei mir geht es eigentlich also. Ähm. Also hast du gut gemacht, sowas, ne? Weißt du? Ja, aber was willst du mit so einem Kommentar anfangen, ehrlich? Weiß ich nicht. So, hot, hü. Ab nach Hause. Jetzt wird gezüchtet. Nein, jetzt wird gefuttert. Boah, ist das Pferd lahm. Ist dat lahm. Jetzt muss ich nur damit nach Hause kommen. Du bist genauso lahm. Ne. Ey, und weißt du wann, danach habe ich ein Ziel wieder erreicht, ne? Ach, nö. Aber doch 21 Ziele. Oh, Mann. Ja, ich habe gerade über 18. Wo hast du denn so wenig eigentlich? Ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, was du schon hast und was ich noch nicht habe. Du hast zumindest das mit dem Angeln hast du fertig? Ja, genau. Und das mit dem Schwert? Ja, das mit dem Schwert, dass das auch schon fertig ist. Und? Das ist gar nicht. Ich glaube auch nicht. Du gerade schon. Irgendwas, oh. Irgendwas war es noch. Ja, ne? Irgendwas. Find in Dungeon, genau. Find das Dungeon. Ja, das ist auch. Ja, das stimmt. Ja. Leider. War auch nur Glück. Leider, dass ich dir das gesagt habe. Mhm. Schon ärgerlich, ne? Bin einfach viel zu nett zu dir. Ja, auf jeden Fall nicht. Manchmal. Komm, wir gehen mal da runter. Mal gucken, was wir da finden. Lauf, lauf, Fjord. Lauf, Forest, lauf. Vielleicht habe ich ja Glück und finden, Dungeon. Nee. Aber glaube ich auch nicht so dran. Nee, glaube ich auch in deiner Stelle auch nicht. Machst du mich auch. Oh nein, jetzt ist es so. Er hat mir sowas von gar nicht lieb. Nee, hab ich auch nicht. Nee, nix gefunden. Nur ne Sackgasse wieder. Letzend. Oh, geil. Geil. Geil kotzen. Ich beeil dich doch mal, Pferd. Mensch, da ist mein Heimatdorf. Oh, da haben wir ein bisschen Kohle, die wir noch einsammeln können. Und XP sammeln können. Hiha. Mal für die Verzauberung. Auf das Dier-Sperd, das ich noch habe. Was ich die ganze Zeit dabei habe. Mach doch mal endlich ne 30er Verzauberung. Weil die musst du machen. Ja, kann ich ja noch nicht. Ja, kann ich ja noch nicht. Weil du super viel Erfahrungspunkte hast. Sieben fehlen mir noch. Sieben EP. Also sieben Level mal nicht. Pferd, hör auf, herumzuspannen. Laber, und ich bin direkt darüber gesprungen. Einen Tick zurückgesprungen. Wäre ich einen Tick früher gesprungen, dann wäre ich vorrein geflogen. So. Jetzt habe ich zwei Pferde hier drin. Jetzt heißt es nur noch ne goldene Karot hier machen. Und du, Ise, kannst dich dazu bewegen. Hast du schon, wenn ich schon wieder ein Ziel habe, ne? Nö, nicht wirklich. Ich nehme ein bisschen Stroh, ich nehme eine goldene Karotte. Ich muss zwei machen, ne? Bei Karottis? Ja. Karottis? Ich glaube, mit Gold, da geht's, ne? Mit Gulden, da geht's. Wenn du meinst, meinst du das, ne? Wenn du meinst, dann meinst du, dann meinst du doch. Du meinst, dann meinst du, meinst du. Na komm, paart euch mal, paart euch mal, paart euch mal. Nein. Ich kann dein Ziel abhängen. Und zwar Zielnummer 23. Welche Folge haben wir? 33? 34, ne? Na ja, du hast 34. Ich hab drei, äh, 35. Und ich hab das Ziel auch erreicht. Nice. Was haben wir hier? Haben wir da irgendwo ein Dungeon zu sehen? Ne. So. Nicht, dass hier jetzt mittendrin wieder mehr kommt. Mehr, 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 mehr. So. Ha, ha, haa, ha, haa, ha, haa, haa, ha, haa, haa. Ho, 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 ho. Dab, 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 dab. Tee, le, tabis. Alter. Was denn? Was mit Zeigenfiguren lebens du denn gerade? Keine Ahnung. Wird ein Film. Ein Schokofilm. Ein Schokofilm. So, so. Oh. kollege lacht schon wieder voll mein zack bestimmt immer noch hat und volle süchtige ja das bringt auch spaß und wunder dann vor die süchtigen jeweils bei uns geht es ja auch gleich wieder los nein 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 besuchten gleich wieder aber erstmal zum rennen ich glaube dann hängt meine fps aber voll im keller haben es ja nicht aufnehmen ja wie gesagt wir können ja erstmal die basics weiter hochleveln was wir die dann eigentlich fertig haben genau so sieht man braucht das nämlich nicht in der aufnahme ganze zeit machen wie du bist du dämlich ich springe hinter den und dann läuft ganz einmal rum und will mich kriegen da würde ich auch mal echt sein bilden rum gerannt er hatte mich schon mitgekriegt aber ich stand hinter den und er ist einfach weiter gelaufen soll ich sagen ja bitte die mann bei mann schon wieder schlucht hallo meine fresse man sich nicht an und ich glaube die schlucht geht hier und da weiter ja ja wenn ihr da jetzt was drin findet nicht wirklich da und da weiter musst du was drin finden jetzt gar nicht der minenschacht da findest du auch so einen komischen spin spin spanner wäre da eigentlich auch ein dungeon ich glaube das zählt aber nicht dazu das ist natürlich dann blöd was ein minenschacht ist und kein dungeon so wirklich ne ja aber ich glaube das zählt nicht das ist natürlich gemein da musst du explizit so ein ding suchen naja können die leute ja mal wenn wir welche haben die das wissen einfach mal in die kommentare schreiben wir haben keine abonnenten die haben uns alle selber gemacht sei nicht immer so gemeint zu den abonnenten die wirklich gucken du bist echt fies ja das ist nichts neues fies und gemein das muss man sein findest du meine sounds sind einfach zu laut findest du aber jetzt wollen wir keinen bugswitch machen können wir haben beide keine slime bälle aber das ist die geilste farm die ich kenne für vanilla top dafür wurde ich ja gelobt welches park hat aber auch schon ein video dazu gemacht ja kann wusste mich dass er es hat ja manchmal fragt man sich naja naja so jetzt machen wir mal habe ich denn noch holz holz habe ich noch genau ich brauche nicht da quatschen ich auch noch holz oder habe ich noch fleisch drin gehabt so eine kiste wieder raus ich verlaufe mich nur in der wehle da habe ich keine lust drauf muss man immer rechts setzen immer rechts setzen so ich habe zu wenig eisen ich setze lieber links ja setze links wo jetzt nur eine richtung zu ersetzen ja ich finde schon raus so sein nicht ja ja ist klar ich habe da keine lust drauf habe ich den genug eisen ich mach mir jetzt mal ein automatischen offen hier weil ich bin ein extrem hell spiel ich brauche ein oben ein links ein rechts und einen der zur seite stelle ich den immerhin und den popo ich glaube nach draußen aber doch stelle ich mal sind spiele pilze pilze und wieder so ein pilz biome auch schon wieder eine schlucht gefahrt schon wieder eine schlucht der herr wäre was besseres wenn er eine schlucht gefunden hat er gleich wieder zu ende ne oh ja ich würde ja gerne noch eine machen ich möchte nicht wieder hart zum weiterzocken für weiter so weiter so mein super cobblestone haus mein cobblestone sand holzhaus auf jeden fall sehenswert mach mal ein screenshot und dann schick mal rüber ja warte ich mach eben noch den ofen bevor die zeit abgelaufen ist ne ja ist schon klar ich will aber eben noch den ofen fertig machen ich finde immer noch am geilsten diese fliegende insel wo nur ein bürtturm wird schreien die kohle rein die kohle wollen später das fleisch durch jetzt kann er das auch fleisch durchbraten und fertig ich mache mir können noch screenshot von innen so ein bisschen ich lasse jetzt einfach hier das screenshot ist mir scheißegal wenn man schnell schlafen screenshot und damit ist auch die folge schon zu ende sicherlich verdammt und ich würde sagen bis zum nächsten mal